Hallo zusammen, wir sprechen heute über das vielleicht heiß erwartetste Aufbauspiel auf Steam mit über 2 Millionen Wishlists. Manor Lords kommt raus oder geht zumindest in den Early Access am 26. April, soll es soweit sein. Und ich habe meinen Kollegen Fabiano hier, der hat nämlich schon sich einen ersten Eindruck vom Spiel machen können, weil er schon 5 Stunden spielen konnte. Fabiano, bist du bereit für Manor Lords oder willst du eigentlich lieber nur weiterspielen, während wir hier den Talk machen? Also ich schare eigentlich gerade die ganze Zeit mit den Hufen, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Es ist tatsächlich schon die Testversion, die wir da bekommen haben von der Early Access Version, die haben in zwei Wochen am Freitag startet. Und das ist natürlich eine aufregende Sache, weil auf dieses Spiel warte ich wirklich jetzt schon seit drei Jahren, seit 2020, seitdem es angekündigt wurde. Bin ich da permanent hinterher, habe ständig versucht, den Entwickler zu erreichen, habe da wirklich Unmengen an Sachen auf der GameStar geschrieben und bin jetzt sehr gespannt, einfach weiterspielen zu können. Aber ich will euch natürlich auch nicht hängen lassen, denn es gibt schon eine Möglichkeit, euch ein wenig vor dem eigentlichen Test-Embargo ein wenig über das Spiel zu erzählen und das wollen wir natürlich auch nutzen. Genau, das müssen wir vielleicht nochmal betonen an der Stelle. Wir machen hier wirklich nur einen Ersteindruck. Wir können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, natürlich sind nicht das finale Fazit treffen, nicht nur, weil Fabiano erst fünf Stunden gespielt hat, sondern auch, weil wir halt noch nicht so hundertprozentig mehr sagen dürfen. Aber wir können sicher einen guten Eindruck schon machen heute. Genau, also wie gesagt, fünf Stunden habe ich schon gespielt und das reicht ja zumindest, um euch schon mal zu sagen, was so die ersten paar Stunden im Spiel darstellen und wie es funktioniert vor allem. Genau, und bevor wir das machen und richtig in die Tiefe gehen, habe ich noch einmal eine Botschaft von unserem Werbepartner Manscaped für euch. Die kommt jetzt. Manscaped kennt ihr schon als Werbepartner von unserem Kanal, als Anbieter für Männerpflegeprodukte. Das Unternehmen hat sich anlässlich des National Testicular Cancer Awareness des Monats in den USA mit der dortigen Hodenkrebsgesellschaft zusammengetan, um über Früherkennung und Diagnosemöglichkeiten zu informieren. Die richtige Vorsorge kann also Leben retten. Die notwendigen Untersuchungen könnt ihr einfach selbst bei der Intimrasur unter der Dusche vornehmen. Zum Beispiel, wenn ihr den Lawnmower 5.0 Ultra von Manscaped nutzt. Dieser Körperhaartrimmer kommt mit zwei austauschbaren Scherköpfen fürs Trimmen oder Rasieren. Den Lawnmower 5.0 Ultra bekommt ihr jetzt mit 20% Rabatt und kostenlosem Versand, wenn ihr auf der Webseite von Manscaped das Codewort GameStar eingebt. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Ja, Fabiano, dann können wir ja vielleicht mal rangehen. Es gab 2022 eine erste Demo schon zu Mannerlord, die man damals spielen konnte. Wie unterscheidet sich denn jetzt das finale Spiel von der Demo von damals? Also schon in vielen Bereichen. Also die Demo damals, das war ja auch ziemlich fies. Sie haben sie ja wirklich während, ich glaub, dem Steam Next Fest online gestellt. Dann war sie ein paar Tage lang spielbar. Und dann ist sie wieder verschwunden. Und alle, die sie gespielt haben, dachten sich so, oh mein Gott, ich will auch einfach nur weiterspielen. Ich will auch einfach weiter mein Mittelalter-Dorf bauen. Und jetzt ist es da. Es ist natürlich immer noch in den Grundzügen genau das, was man damals gespielt hat. Dass man halt seine Region hat und da anfängt, erst mal mit seinen Siedlern sich niederzulassen und dann eben nach und nach alles aufzubauen. Also im Sinne von Holz heranschaffen mit Holzfällern, dann daraus Hütten zu bauen, in denen dann die Leute leben und so weiter und so fort. Aber es gab ein paar integrale Bestandteile von Mannerlords, die in der Demo noch gefehlt haben. Dazu gehören unter anderem die vielen anderen Regionen, die die Map zusammensetzen. Es gibt halt eine große Karte, die ist in mehrere kleine Gebiete unterteilt. Und ein Alleinstellungsmerkmal von Mannerlords ist ja auch, dass du nicht nur ein Dorf baust, sondern du beanspruchst auch andere Gebiete und baust da weitere Dörfer auf, spezialisierst diese Dörfer und dann entsteht ein Netzwerk aus vielen kleinen Dörfern, die sich eben gegenseitig versorgen. Und das ist jetzt auch im Early Access drin. Es gibt verschiedenste Gebiete. Das ist der Teil, in den kann ich auch am wenigsten reinfühlen, weil der eher im späteren Spielablauf wichtig wird. Dann gibt es noch in der Vollversion, also in der Early Access Vollversion, noch Gefechte. Also es gibt wirklich diese Total War-artigen Kämpfe, wie man immer sagt, weil sie so ein bisschen daran erinnern, nur im kleineren Maßstab. Die sind jetzt auch dabei, die gab es in der Demo vorher nicht. Und dann halt eben Details irgendwie, ich glaube, die anderen Gebäudestufen, die Häuser bekommen können und auch andere Gebäude können aufgestuft werden, das gab es in der Demo in dieser Form auch noch nicht. Es gibt jetzt auch einen Tech-Tree, den man aufrüsten kann. Es gibt Diplomatie mit anderen Fraktionen. Das sind so die wichtigsten Teile, die jetzt im Early Access auch am Start sind und die vorher in der Demo gefehlt haben. Da kommt ja ganz schön viel zusammen mit irgendwie Aufbau, wie organisch, wie noch nie, Kämpfe wie bei Total War und so weiter und so fort, dann noch Tech-Trees. Dann lass uns mal langsam nach und nach durchgehen. Vielleicht als erstes mit dem vielleicht wichtigsten Ding, dem Aufbau-Part. Wie genau funktioniert denn dieses organische Aufbauen von den Städten? Ja, also der große Kniff ist, das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, der große Kniff von Mannerlords ist ja, dass vor allem die Wohnhäuser nicht einfach nur auf irgendeinen Raster gesetzt werden. Auch die Straßen lassen sich sehr rasterfrei in die wunderschöne Unreal Engine-Landschaft reinzaubern. Und Gebäude wie eben Gehöfte, also Wohnhäuser oder auch Felder, werden nicht einfach nur platziert, sondern die kann man so reinmalen in die Landschaft und dann halt eben mit vier Punkten, die man setzt auf der Karte, festlegen, was so der grobe Grundriss ist des Gebäudes oder halt eigentlich das Grundstück, auf dem es steht. Und dann generiert das Spiel aus den von dir festgelegten Grundstücksbereichen automatisch das Gehöft. Das dann besteht eben aus einem Haus und aus einem Garten. Und dann kann man noch hinterher festlegen, was in dem Garten eigentlich drinstehen soll, je nach Größe kann es auch sein, dass der Garten mehr abwirft. Also wenn ich sage, hier ist das Haus von Familie Butterbauer und die sollen auf jeden Fall Karotten in ihrem Garten anpflanzen. Und dann entstehen da wirklich Karottenfelder und je größer das Feld ist, umso mehr Karotten wirft dieses Gehöft auch ab. Das heißt, das ist nicht nur schick und organisch, sondern auch spielerisch relevant, wie groß diese Grundstücke am Ende sind. Spannend. Und wenn du gesagt hast, dass sich das gegenseitig so ein bisschen aufbaut und die Dörfer sich gegenseitig versorgen können, kannst du auch wirklich die Versorgungsstrecken aufbauen und quasi die Kartoffeln kommen nur aus dem Kartoffeldorf Kartoffeling und die Möhren von woanders? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also was mir aufgefallen ist, ich habe noch nicht so viel gespielt, um das mit Sicherheit sagen zu können, wie die ganze Vernetzung genau funktioniert. Es soll ja irgendwie möglich sein, die Gebiete zu spezialisieren. Aber ich habe zumindest gesehen, dass jetzt in dieser Early-Axis-Karte, dass da alle Gebiete grundsätzlich erstmal dieselben Ressourcen haben. Also jedes Gebiet hat Zugang zu Wild, jedes Gebiet hat Zugang zu Bären, jedes Gebiet hat Zugang zu Stein und Eisen und halt natürlich Bäume, die dann Holz spenden und so etwas. Und alle haben auch verschiedene Fruchtbarkeiten. Ich glaube, der Clou ist eher, in welchen Mengen liegen die Sachen vor? Also manche haben extrem ergiebige Ressourcenfelder, bei Eisen zum Beispiel oder bei Stein oder von mir aus auch Bären oder Wild, wo dann halt eben die Ressource in dem einen Gebiet sehr viel ergiebiger ist. Aber grundsätzlich hat man in jedem Gebiet alles, sodass man nicht davon abhängig ist, zu sagen, okay, wenn ich hier wirklich Karotten anpflanzen möchte, dann brauche ich noch ein anderes Gebiet, wie bei Anno 1800 zum Beispiel, wo ja bestimmte Ressourcen nur auf bestimmten Inseln sind. Man kann in der Theorie in einem Gebiet komplett alles herstellen. Nur halt wie lange und wie intensiv ist halt der Unterschied. Und irgendwann, bei mir zum Beispiel sind gerade die Steine ausgegangen in meinem Stadtgebiet. Jetzt denke ich mir natürlich schon, okay, wo kriege ich neue Steine her? Und dafür brauche ich dann neue Gebiete. Also am Anfang hat man alles, aber irgendwann gehen die Sachen einfach aus und dann sind neue Gebiete notwendig. Karotten gibt es überall, Kartoffeln gibt es gar nicht, weil die gab es im Mittelalter noch nicht in Deutschland. Dann werden wir jetzt mal martialisch statt Kartoffeln und lecker essen. Wie spielen sich denn die Gefechte und die Kämpfe, die du austragen kannst? Das ist halt der große, ganz große Fragezeichen von Männerlords, eben weil es die Kämpfe in der Demo noch nicht gab und sie immer so beeindruckend aussahen. Also dass man dann eben gedacht, uh, es gab hier Leute, die haben gesagt, oh, das ist der Total War Killer. Ist natürlich Quatsch. Hat auch der Entwickler selbst gesagt, das wird kein krasses, episches Echtzeitstrategiespiel wie bei Total War. Die Kämpfe sind bislang noch nicht so oft vorgekommen bei mir. Ich hatte zwei größere Schlachten, auch, ich würde sie eher Ackermatches nennen, weil sie waren halt wirklich, ich habe ein paar Bauern zusammengerauft, habe denen Langbögen und Speere in die Hände gedrückt und dann habe ich sie einmal gegen so eine Brigade an Banditen kämpfen lassen und dann nochmal gegen so eine Einheit von einem anderen Herrscher, der ein Gebiet beanspruchen wollte. Und das war beides noch nicht besonders aufwendig und besonders strategisch, weil es einfach sehr wenige Einheiten waren. Also es waren in beiden Gefechten jeweils vier, bei einem Gefecht waren es fünf Einheiten, die an der Schlacht beteiligt waren. Da habe ich halt meine Sperrkämpfer nach vorne geschickt und die Bogenschützen dahinter und die haben dann geschossen. Mir ist aufgefallen, die Bogenschützen machen also erschreckend wenig Schaden. Also Bogenschützen schaffen es fast nie, mehr als einen Gegner niederzustrecken, bevor sie die Frontlinie erreichen, was ich ein bisschen schade finde. Insgesamt steuert es sich ein bisschen hakeliger als Total War. Es gibt auch viele Bereiche in dem Spiel, die es in Total War gibt und Wanderlots aber nicht. So Sachen wie, ich kann Einheiten im Wald verstecken oder ich bekomme klar ersichtliche Flankierungsboni und solche Sachen. Das ist sehr viel Grundlegen, da im Prinzip einfach, du schickst deine Einheiten hin, formierst sie, kannst auch festlegen, was für Strategien sie anwenden sollen. Also sollen sie aggressiv vorstoßen, sollen sie sich eher zurückfallen lassen, sollen sie nach gut Dünken schießen, sollen sie in Salvenpfeile verschießen. Das kannst du alles festlegen. Finde ich sehr cool. Macht Total War mittlerweile gar nicht mehr so oft. Deshalb freue ich mich darüber, dass es das bei Manderlots gibt, einfach Strategien für jede Einheit festzulegen. Und da werden dann die Kämpfe draus generiert. Wie cool und umfangreich die werden, kann ich halt einfach noch nicht sagen, weil, wie gesagt, das waren zwei Kämpfe, die ich geschlagen habe, jeweils auf einem Feld. Die haben sich gut gespielt, die waren cool anzusehen, aber noch nicht strategisch besonders relevant. Glaubst du denn, das liegt daran, dass du die Einheiten noch nicht weit genug ausgebildet hast? Wenn du sagst, du hast den erstbesten Bauern die Bögen in die Hand gedrückt, das war später mehr? Äh, ja, kann, also es wird auf jeden Fall noch mehr geben. Ich habe noch nicht so viele krasse Ausrüstungsteile. Bögen werden, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr aufgewertet. Du kannst höchstens, glaube ich, noch bessere Einheiten haben, wenn du den Bogenschützen dann irgendwie einen Gambason gibst oder irgendwie eine Kettenrüstung. Ähm, ich habe auch schon so Söldnereinheiten angeheuert, die hatten dann eine bessere, bessere Rüstung. Äh, aber das ist halt ein spannendes System bei Manderlots eigentlich. Äh, wenn ich sage, den Bauern ein paar Waffen in die Hand drücken, dann meine ich damit wirklich, das sind die Bauern, die normalerweise auf deinem Feld arbeiten. Ach, die fehlen dir dann auf dem Feld? Ja, die fehlen dir dann. Das sind die Bauern, die arbeiten auf dem Feld, die stellen in der Schmiede Werkzeuge her, die bauen auch deine Gebäude auf. Es sind zwar nur die Männer, die da rekrutiert werden, äh, Frauen werden für die Schlacht nicht rekrutiert, die können dann weiterarbeiten, aber trotzdem, es fehlen halt irgendwie 60 Prozent meiner Bevölkerung fehlt dann, weil die alle einen Bogen in die Hand gedrückt bekommen haben und dann auf dem Schlachtfeld stehen. Und da denkt man sich auch so, okay, ich will eigentlich gar nicht, dass die jetzt hier abgemetzelt werden. Warum sollte ich jetzt hier meine Bauern, ähm, in die Schlacht schicken? Bei Total, würde ich sagen, rein da, also einfach Vollgas. Äh, und bei Männerlords denke ich mir so, oh, also jeder, der mir da verloren geht, ist super wertvoll, weil ich brauche die wirklich, damit die meine Wirtschaft am Laufen halten und überhaupt die erst mal auszubilden und dann irgendwo hinzuschicken auf der Karte. Die müssen ja auch erst mal da hinlaufen. Das ist eine coole strategische Überlegung, ähm, die durchaus wichtig ist und auch ein Alleinstellungsmerkmal von Männerlords, dass es da wirklich wehtun kann, so eine Armee auszuheben. Die Schlacht ist gewonnen, aber du kommst wieder und, äh, die Dürre ist eingekehrt bei dir und keiner hat, äh, hat, äh, das, das Dorf aufrechterhalten können. Ja. Wie ist es denn, wenn ich nicht kämpfen will? Kann ich diplomatisch da was regeln? Was gibt's für ein Diplomatiesystem? Ja, es gibt jetzt auch Diplomatie, ähm, das ist noch sehr bare bones, also im Prinzip sehr skelettiert, dieses ganze System. Ähm, man kann mit anderen Adligen, äh, Brieffreundschaft, Freundschaft führen, also du kannst Briefe schreiben und dann da Sachen reinstellen. das ist noch sehr unausgegoren, hab ich so das Gefühl. Also die, dieses Briefe schreiben fühlt sich so noch sehr unbefriedigend an, weil einfach die Antworten, die du schicken kannst, irgendwie auch von deinem Einfluss abhängig sind und dann kannst du am Anfang gar keine Antwort geben, obwohl du gerade einen Brief geschrieben, äh, erhalten hast. Kannst du gar keinen zurückschreiben, weil dir irgendwie Einflusspunkte fehlen. Ähm, es, es sieht noch nicht so schick aus, es, es, es erschließt sich noch nicht ganz, was dir das überhaupt bringt. Da wird nicht wirklich genau aufgedröselt, welche wirtschaftlichen Vorteile du bei welcher Antwort hast. Ähm, was auch kurios ist, ist, dass, manchmal bekommst du eine Einblendung, da wird gesagt, XY beansprucht folgendes Gebiet, aber dann hast du zur Auswahl, ähm, okay, ich erkläre dir den Krieg, du sollst dieses Gebiet nicht haben und noch zwei andere Angebote, einmal, dass du mit der Gunst des Königs sagst, nee, 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 du beanspruchst dieses Gebiet nicht oder du sagst über, ich glaube, Geld, dass du sagst, äh, Moment mal, das, das hier möchte ich mir erkaufen, dieses Gebiet. Aber die anderen beiden, ähm, Optionen sind beide noch ausgegraut. Das heißt, ich hab keine andere Wahl auf, als zu sagen, Kampf, ähm, das ist meine einzige Option momentan im Spiel. Äh, die einzige Möglichkeit, die ich dann habe, ist zu sagen, ich tauch nicht auf. Also, ich kann halt sagen, ich geh in die Schlacht und dann, äh, rückt der Adelige mit seiner Armee an, will dieses Gebiet beanspruchen und dann heißt es, okay, hier auf diesem Feld der Ehre keilen wir uns jetzt um den Anspruch. Ich denke mir so, ich will das gar nicht haben, du kannst es gerne haben und dann tauch ich halt einfach nicht auf mit meiner Armee und er steht da halt einfach mit seiner gerüsteten Einheit und wartet, bis ich komme, aber ich überlasse ihm das einfach. Das ist momentan die einzige Möglichkeit, was ein bisschen seltsam sich anfühlt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner kommt. Das ist ja philosophisch. Die sollen auf dem Feld arbeiten. Ich bin doch gerade dabei, mein Dorf aufzubauen. Ähm, was gerade die Früchte deines Feldes angeht, wie läuft das denn mit dem Wirtschaftssystem? Vielleicht kann ich mir da ja auch die Einflusspunkte erbauen, dass ich vielleicht nicht jedes Mal alle Landesansprüche mit Krieg beantworten muss oder wie fühlt sich das? Also, diese Einflusspunkte bekommt man, wenn man zum Beispiel Banditen vertreibt, ähm, über, rein über die Wirtschaft kann man sich keine Einflusspunkte anhäufen. Äh, das sind dann eher meistens militärische Aktionen. Das heißt, man muss erstmal auch überhaupt gegen Banditen vorgehen, um dann, ähm, Einfluss haben zu können und Gebiete beanspruchen zu können und solche Sachen. Äh, die Wirtschaft ist dann halt eben relativ Standard, sag ich mal. Du baust halt deine Felder und deine Werkstätten und häufst da die Ressourcen an. Wie ich vorhin schon meinte, kann es halt sein, dass Ressourcen dann ausgehen. Dann brauchst du andere Gebiete, die dich unterstützen. Und, äh, du baust halt die Wohnhäuser der Familien. Also, es sind immer Familien, die dann da arbeiten und leben und die auch die, ähm, Arbeitsslots in den verschiedenen Handwerksbereichen besetzen. und diese Familien sind dann halt eben, können dann eben aufgestuft werden, indem ich das Gebäude aufstufe. Die haben dann bestimmte Ansprüche, wie bei Anno im Prinzip. Die wollen dann eben Kleidung haben oder was zu trinken haben oder Essen haben. Ähm, und die Sachen müssen auf dem Markt existieren. Und dann, wenn alle Ansprüche erfüllt sind, kann ich die, das Gebäude aufstufen und dann werden aus diesen Bauern im Prinzip potenziell Handwerker. Dann kann ich auch sagen, okay, ihr produziert in eurem Garten jetzt keine Karotten mehr. Ihr produziert jetzt in eurem Garten Langbögen oder ihr produziert, äh, Werkzeuge oder, was weiß ich, also Klamotten oder Kapuzen oder Stiefel. Also es gibt schon sehr, sehr viele verschiedene Ressourcen. Ähm, oft sind diese Ressourcen aber eher, also sie erfüllen dasselbe Bedürfnis. Ähm, du musst nur entscheiden, okay, will ich als Klamottenbedürfnis jetzt eher Leder oder will ich als Klamottenbedürfnis eher Wolle? Und dann musst du halt sagen, okay, wo kriege ich das Leder her? Wo kriege ich die Wolle her? Oder was lohnt sich für mich eher? Du hast da sehr viele Freiheiten, wie du deine Wirtschaft aufbauen möchtest. Es ist nicht so restriktiv und einengend wie bei einem Anno, aber dadurch halt auch ein bisschen weniger elegant und ein bisschen weniger klug verzahnt, sondern eben etwas offener, sodass du halt im Prinzip einfach ein bisschen machst, was du willst. Ähm, und das macht trotzdem Spaß, weil es halt schick aussieht, weil man coole Dörfer bauen kann, die organisch wirken, ähm, und auch alles cool dargestellt wird. Also die Leute laufen wirklich über die Straßen, die du baust. Du musst wirklich gucken, okay, wie weit ist diese Eisenquelle weg? Ist die vielleicht zu weit weg, als dass sie sich wirklich für mich lohnen würde, in diesem Gebiet abzubauen? Weil sonst dauert es halt echt ewig. Wenn das Eisen meilenweit von deinem Markt weg ist, dann brauchen die Leute richtig, richtig lange, um da mal ein bisschen was heranzukarren. Aber die Darstellung ist tatsächlich so feingliedrig. Ich erinnere mich jetzt gerade an die alte Debatte um SimCity, als das damals neu rauskam und dann, ja, die Bewohner gehen ja gar nicht wieder zurück in ihr eigenes Haus, nachdem sie zu Hause gewesen sind. Das kann ich alles viel feingliedriger anschauen und meinen Bauer, theoretisch meinem einen Bauer mit der Kamera folgen, oder wie? Äh, ja, die haben auch alle Namen. Du kannst jedem Bauern dabei zugucken, wie er von seiner Arbeitsstätte wieder in sein Haus geht. Ähm, es gibt keinen Tag-Nacht-Wechsel. Also, es ist nicht so, dass man sagt, okay, heute ist der Tagesanbruch, jetzt gucke ich zu, wie Olaf, der Baumfäller, ins Holzfällerlager geht, ein Baum fällt, den entastet und dann den Baum mit einem Ochsen ins Lager karrt und dann wieder nach Hause geht und sich schlafen legt. Ähm, so ist es nicht. Es ist noch sehr undurchsichtig für mich zumindest nach der kurzen Spielzeit, wie der Ablauf genau funktioniert. Also, wann gehen die Leute nach Hause, wann arbeiten sie? Ich glaube, schlafen tun sie nicht wirklich. Sie machen immer irgendwas. Wenn sie zu Hause sind, sitzen sie halt irgendwie rum oder sie arbeiten im Garten. Ähm, aber es hat schon jeder im Prinzip seine Anlaufstellen. Also jeder geht auf den Markt, jeder geht zur Arbeit, jeder geht nach Hause. Dann müssen wir vielleicht jetzt noch mal über die Technik des Spiels reden, weil wir ja am 26. April von einem reinen Early-Access-Start erst mal reden. Wie sehr merkt man das dem Spiel noch an, dass das gerade die Early-Access-Version ist, die du spielst? Also, dass auch nach fünf Stunden merkt man, dass das schon Early-Access ist. Also, es ist nicht so, dass man sagt, man spielt es erst mal und je weiter man kommt, umso klarer wird, dass da noch Sachen fehlen. Man merkt da von Anfang an, das ist noch kein fertiges Spiel. Da fehlen teilweise noch zum Beispiel Icons, sind dann irgendwie nur so weiße Karos. Man sieht auch oft irgendwie, dass die Übersetzung nicht an allen Stellen funktioniert oder dass eben bestimmte Texte nicht wirklich richtige Texte sind, sondern eben so mit Bindestrich unter Unterstrich geschriebene Programmhinweise quasi. Also, dass da irgendwie steht, Not Enough Resource for Building quasi, also so sehr entwicklungstypische Texteinblendungen, die in normalen, fertigen Spielen eigentlich nicht mehr vorkommen, aber die hier noch so der Fall sind. Also Platzhalter. Genau, ebenso Platzhaltertexte, die man eben noch sehen kann. Das hat das Spiel noch überall. Es gibt auch Mechaniken, die schon angedeutet werden, aber noch gar nicht im Spiel drin sind. eben diese königliche Gunst, von der ich geredet habe, die gibt es noch gar nicht. Das Diplomatie-System fühlt sich noch unausgereift an. Man merkt, dass es ein Early Access-Spiel ist. Es ist kein Early Access wie zum Beispiel bei Hades, wo es jeder gedacht hat, okay, wo ist hier der Early Access? Es ist einfach ein fertiges Spiel. Man merkt schon, dass es technisch noch nicht fertig ist und dass da viele Sachen noch gemacht werden müssen und viele Sachen noch kommen können. Aber es macht Spaß und man kann es gut spielen. Ich hatte jetzt in den fünf Stunden zumindest keine argen technischen Probleme. Es lief bei mir die ganze Zeit über mit 120 Frames. Ich habe mit einer GTX 3080 gespielt. Da gab es gar keine Schwierigkeiten, nur auf Full-AD allerdings. Ich kenne auch noch nicht die Werte von diversen anderen Kollegen, die das auch gerade spielen, wie es bei ihnen gelaufen ist. Bei mir lief es sehr gut. Der einzige Störfaktor, was die Technik angeht, ist das automatische Speichern. Das Spiel speichert regelmäßig automatisch, typisch. Aber immer, wenn es automatisch speichert, gerät es ins Stocken und manchmal gerät sogar die Kamera komplett aus der Kontrolle. Das heißt, es speichert automatisch, während du gerade was machst und plötzlich fliegt die Kamera irgendwo hin, wo du gerade gar nicht sein wolltest. Das ist so momentan der Teil vom Spiel, der mich am meisten nervt, weil es halt schon ein bisschen störend ist, wenn plötzlich die Kamera woanders ist. Ich weiß aber noch nicht, wie es zum Beispiel läuft, wenn man eine wirklich große Stadt hat. Also, ich bin jetzt so ungefähr im Midgame, sage ich mal, von meiner ersten Siedlung und habe irgendwie 30 Familien oder so, die bei mir leben. Über 100 Leute sind das. Da geht noch deutlich mehr, mehr Regionen, wie gesagt, noch viel mehr Häuser, noch viel mehr Bewohner. Keine Ahnung, wie das Spiel dann läuft. Das muss ich einfach zeigen. Das kann ich nach der kurzen Zeit noch nicht abschließend beurteilen. Das wirst du sicher noch können, wenn dann die Tests mal kommen, sobald das ist. Jetzt machen wir, wie gesagt, erstmal den Ersteindruck. Dann vielleicht trotzdem, ich meine, so ein hundertprozentiges Fazit können wir natürlich jetzt noch nicht treffen, aber dann formuliere ich es mal so zum Abschluss. Worauf freust du dich gerade am meisten gleich beim Weiterspielen und was ist vielleicht so die kritische Sache? Kritische Sache hast du schon gesagt mit der Technik, aber was sind so deine Pro und Cons bisher? Also ich freue mich einfach vor allem darauf, weiter mein Dorf zu bauen. Das ist wirklich der Herz des Spiels. Das Dorf aufbauen macht am meisten Spaß. Die Kämpfe kicken mich noch nicht so richtig, aber da bin ich einfach gespannt, wie das ist, wenn größere Schlachten vielleicht möglich werden. Die Diplomatie ist noch nichts, was mir Spaß macht. Aber der Kern des Spiels, das Aufbauen, ist sehr gelungen und macht sehr großen Spaß. Sehr cool. Dann bin ich mal gespannt. Haltet auch ihr weiter natürlich die Ohren und Augen auf hier bei sowohl bei GameStar.de als auch hier auf dem YouTube-Kanal. Und dann verabschieden wir uns für heute, oder? Ja. Ich finde euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und viel Spaß. Eben so. Ciao. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu Männerlords wissen wollt, erst vor kurzem konnten wir in unserer Find Your Next Game Show weltexklusiv weiteres Gameplay zum Spiel zeigen. Das findet ihr hier neben mir. Noch mehr im Mittelalter gibt es bei GameStarTalk. Das gibt es hier. Have a- Untertitelung des ZDF, 2020